Hi, ich will eine, nicht eine richtige Buch-Review machen, aber ich will euch wieder diese zwei Bücher zeigen. Das sind nämlich richtig coole Bücher. Also, ich habe keinen blassen Schimmer, wenn ich mich hinsetzen soll. So, das ist ja der erste Teil, den kennt ihr ja sicher auch aus einem Favoriten-Video. Das ist so dick. Ich habe meine Nase, Entschuldigung. Und da habe ich ja den ersten Teil schnurstracks durchgelesen, weil mich der wahnsinnig, wahnsinnig interessiert hat. Und die Geschichte ist auch sehr, sehr cool. Und ich mag es, wie es geschrieben ist. Und man muss viel lachen. Ich bin oft in der BIM oder in woanders ziemlich komisch angeschaut worden, weil ich meistens mich so abdecken habe müssen. Oder in der Arbeit. Die haben immer so durch mich geguckt, das kann sich keiner vorstellen. Und es gibt ja dabei nur zwei Teile. Auf der Internetseite von J. Wells habe ich nachgeguckt und da sind schon fünf Teile schon in Englisch geschrieben. Und ich hoffe, dass bald der dritte Teil rauskommt, weil beim zweiten Teil ist der Schluss so dermaßen offen, dass es mich schon krank macht, wenn ich schon daran denke. Ich weiß nicht, wie viel ich da verraten darf. Falls ihr jetzt den Spam nicht haben wollt, tue ich euch unten in die Infobox die Minutenzahlen rein, damit ihr den Spam überspringen könnt. Ab jetzt. Im zweiten Teil wird die Macy am Schluss entführt. Das ist der richtige Spam. Ich spame gleich am Schluss rein. Und da ist es komplett noch offen, ob sie jetzt gesund ist oder ob sie noch lebt oder sonst irgendwas, weil die Sabina findet gerade mal auf der Wand eine Blutspur von ihr. Also weil sie Lavinia, die Domaine oder wie man das ausspricht, hat die Macy einführt. Also es bricht ja eben, sie versuchen die ganze den Krieg aufzuhalten, aber bricht dann trotzdem aus. Unerwartet. Und ja, also ich würde nicht sagen, dass jetzt da... Und der Schluss ist halt verdammt nochmal offen und das macht mich krank. Ich finde nämlich... Ich weiß gar nicht, das ist glaube ich dicker als das... Nein, der erste Teil ist dicker. Ist doch egal. Und naja, ich finde... Da ist der Schluss, im ersten Teil ist der Schluss ein bisschen... Es, ich meine... Es ist offensichtlich, dass ein zweiter Teil kommt, weil es steht ja auch da hinten drinnen. Wie geht das? Hier? Da ist es offensichtlich, aber hier ist es komplett offen. Das ganze Ende ist... Ich war schon da so ungefähr, so hier. Und ich habe mich schon gewundert, sag einmal, wann kämpfen die gegen die Lavinia? Oder kämpfen die gar nicht? Ich war da komplett perplex. Ich habe mir gedacht, da geht es noch richtig weiter in die... In die Ferne hinaus, ins ganz Kapitel noch. Und was passiert? Sie brechen mitten da, wo die Mästie entführt worden ist, ab. Komplett ab. Also, das ärgert einen. Ich weiß auch gar nicht, wann... Das ist ein Hit, oder? Er fangt in meinem Bett seinen Schwanz. Das machen eigentlich nur dumme Hunde. Sparky, das ist kein gutes Zeichen, wenn du da deinen Schwanz fangst. Wir sind, glaube ich, vollkommen egal. Zurück zum Buchthema. Au, das muss ja wehtun. Es ist so... Offen. Sehr, sehr offen. Entschuldigung. Aber nun ist es so dämlich manchmal. Und ich finde das wahnsinnig schade, dass... Es so extrem offen ist. Vergrunzt wie ein Schwein. Du wirst aus dem Bett fallen. Also, für diejenigen, die... So wie ich das Schema habe. Ich kann nicht weiterlesen, wenn... Der Anfang mich nicht interessiert. Wenn der Anfang schon langweilig ist, dann kann ich einfach nicht weiterlesen. So ist das bei mir. Ich mag das nicht, wenn gerade mal in der Mitte dann die Spannung anfängt. Ich hasse das bei Büchern. Und da ist das nicht so. Da fällt mir gleich das andere aus der Hand. Da ist es auf keinen Fall so. Weil du hast in beiden Büchern, außer beim zweiten Teil, hier, hast du einen kleinen Teil, was richtig zum Einschlafen ist. Richtig zum Einschlafen. Aber das vergeht auch wieder. Das sind nur ein, zwei Kapitel so. Und dann geht's wieder, bam, die Geschichte ordentlich los. Deswegen mag ich den ersten Teil ein bisschen lieber, weil bei dem war das nicht so. Entschuldigung. Bei dem war das nicht so. Bei dem war das überhaupt nicht so. Und deswegen mag ich den ersten Teil ein bisschen lieber. Aber ich kann das... Ich bin nicht so eine, die weiterempfehlt, weil vielleicht ist das ja nicht so super, was ich empfehle. Aber die Bücher sind nicht schlecht, Leute. Ihr solltet die euch mal angucken. Oder zumindest das da hinten lesen. Wäre keine schlechte Idee. Ja, apropos. Bevor ich's wieder vergesse. Ich hab mich bei Loverbooks angemeldet und mein Profil verlinke ich euch in die... Infobox. Sparky. Ist er nicht süß? Jetzt fragt er wieder seinen Schwanz. Das ganze Video wird nur über seinen Schwanz fang eingehen. Mein Hund. Eine. Ein Horror. Also bei Loverbooks bin ich auch... Da könnt ihr die Bücher sehen, die ich gerade zur Zeit lese. Oder die ich überhaupt besitze. Ich besitze auch verdammt viele Mangas, dass ich nicht wusste. Aber okay. Ich bin auch beim Manga lesen zur Zeit, was mir voll Spaß macht. Und ich lese auch Säulen der Erde weiter, weil... Ich bin nicht richtig weit. Ich kann's euch einmal zeigen. Moment. Hier. Säulen der Erde. Und das ist ja echt... Wie dick das ist. Und ich hab eine Special Edition von die Säulen der Erde. Weil ich hab nämlich... Ich hoffe, ich kann euch das jetzt richtig zeigen, ohne dass mein Lesezeichen da rauspurzelt. Da sind Fotos vom Film drinnen. Also richtig, richtig cool. Der Erdbebenhund. Erdbeben. Und da hinten habt ihr dann noch welche. Von dem Film. Also ihr habt das so in beide Teile geteilt. Vielleicht sieht man das. Ja, diese weißen Striche, das sind die Teile mit den Fotos vom Film. Und ich bin nicht weit. Überhaupt nicht weit. Weil ich hab eine Zeit lang angefeiert. Dann hab ich aufgehört, weil das ganze Gelaber über Kirchen... Entschuldigung, ich bin nicht so streng gläubig, wie man vielleicht denkt. Macht einen wahnsinnig. Weil wenn du deine eigene Meinung über die Kirche hast und du liest dann sowas wie Fanat in die Kirche sind... Da wird man einfach wahnsinnig. Wirklich einfach wahnsinnig. Da hab ich einfach aufgehört zu lesen. Jetzt geht's wieder. Aber auch gestern in der Nacht hab ich wieder weitergelesen. War sehr fleißig. Okay, das war jetzt ein kurzes Buchvideo mit ein bisschen Sparky und ein bisschen Sollen der Erde dazu. Und bitte guckt euch die an, weil die sind... Das ist der erste Teil. Bitte guckt euch die an, weil dieses Buch ist wirklich, wirklich cool. Weil ich schau generell nur auf die Covers. Und ich bin ein Cover-Junkie. Wenn das Cover toll ist, kann der Inhalt nur noch besser sein. Na, so ein Scherz. Ich bin sehr fixiert auf die Cover. Zuerst, wenn ich ein Buch sehe, guck ich aufs Cover. Dann lese ich es hinten und dann entscheide ich, ob ich es mal kaufe oder nicht. Und das war eindeutig eine super Idee. Wirklich super Idee. Ich hoffe, dass bald der dritte Teil rauskommt, weil ich kann nicht mehr so lange warten. Und ich hoffe, ich hab euch jetzt nicht gelangweilt. Also sag ich lieber mal Bye. Tschüss. Tschüss.